Es kommt nicht oft vor, dass ein 6-Jähriger allein auf einem Friedhof ist. Aber dieser Junge war nicht nur dort, um seiner Mutter die letzte Ehre zu erweisen, sondern er bat sie um einen Gefallen. Wurde sein Wunsch erfüllt oder ist etwas passiert? Schau weiter und lass es uns gemeinsam herausfinden. Der 6-Jährige Brian weinte, weil seine Schulkameraden ihn mobbten. Sie lachten, weil er schmutzig war und kaputte Schuhe hatte. Er wurde täglich deswegen gehänselt. Er wollte ja gar nicht so aussehen. Er wollte seine Schuluniform waschen, aber er hatte keine Seife oder Wasser. Dazu musste er warten, bis die Nachbarn ins Bett gingen. Brian ist der Sohn von Laura Edwards, die ihre Eltern mit 17 verlor. Weil sich niemand um sie kümmerte, musste Laura für sich selbst sorgen. Mit ihren wenigen Besitztümern ging sie zu Fuß nach Florida. Unterwegs war sie sehr erschöpft, weil sie schon lange nichts mehr gegessen hatte. Nach ein paar Schritten sackte sie zusammen und wurde ohnmächtig. Die wohlhabende Jessica Moore las sie bewusstlos vom Straßenrand auf und brachte sie in die Klinik, wo sie wieder aufwachte. Sie war von Lauras Geschichte sehr berührt, da sie selbst in armen Verhältnissen aufwuchs. Jessica hatte hart gekämpft, um Millionärin zu werden und einen hohen sozialen Status zu erreichen. Die Frau bot dem Mädchen eine Stelle als Köchin an. Jessica erlaubte ihr auch, in einem kleinen Haus am Rande der Stadt zu wohnen, das ihr gehörte. Als Laura zu arbeiten begann, wusste sie, dass es kein Fehler war, ihr einen Job zu geben. Sie war fleißig und ihr Essen schmeckte so gut, ja sogar besser als in den exquisiten Restaurants der Stadt. Alles schien sich zum Guten zu wenden. Sie hatte einen Job und ein Dach über dem Kopf. Nach einem Jahr kehrte der Sohn des Hauses aus Frankreich zurück. Andrew war bezaubert von Lauras Schönheit. Leider hatte der 24-Jährige keine guten Absichten und wollte nur mit ihr schlafen. Er machte ihr falsche Versprechungen, obwohl er bereits verlobt war. Nach ein paar Tagen begann er, sie zu umschmeicheln. Jeden Abend kam er zu ihrem Haus, wo sie Zeit miteinander verbrachten. Laura verliebte sich in ihn. Eines Abends wollte er intim werden und sie willigte aus Liebe ein. Dann wurde sie schwanger und davor überrascht, dass er eine andere Frau heiraten würde. Laura wurde klar, dass sie es Jessica erzählen musste. Obwohl Jessica ihr helfen wollte, erklärte sie ihr, dass sie ihr Kind allein großziehen müsse, da sie nicht zulassen würde, dass sie ihren Sohn heiratete. Andrew hatte dazu aber schon einen Plan. Seine Verlobte würde ihn besuchen kommen und er wollte, dass Laura die Stadt verließ. Er ging zu ihr und sagte ihr, sie solle nie wieder das Haus seiner Mutter betreten. Er verwies sie aus ihrem kleinen Haus und gab ihr Geld, um die Stadt zu verlassen. Als ihre Chefin davon erfuhr, konnte sie es nicht glauben. Sie machte sich auf die Suche, fand sie aber nicht. Laura kaufte ein Haus und eröffnete mit ihrem Ersparten ein Restaurant. Vier Monate später wurde Brian geboren. Da sie jedoch mit ihrer Arbeit beschäftigt war, engagierte sie das Kindermädchen Karen. Diese stellte Laura ihren Bruder Felix vor und die beiden begannen, sich zu verabreden. Felix war Banker und ermutigte sie, ein Konto für die Ausbildung und die Zukunft ihres Sohnes zu eröffnen. Als ihr Sohn vier war, besuchte er eine Privatschule. Auch wenn die Schule ein bisschen teuer war, störte sie das nicht allzu sehr. Er sollte die bestmögliche Ausbildung bekommen. Außerdem florierte ihr Restaurant. Und weißt du was? Brian machte sie sehr stolz. Nachdem er zwei Jahre in Folge Klassenbester war, bekam er ein Stipendium. Laura freute sich darüber und auch über das gesparte Geld, mit dem sie ihr Geschäft erweitern konnte. Leider wurde sie dann sehr krank. Sie war so niedergeschlagen, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Wegen ihrer Krankheit zog Karen bei ihr ein. Die junge Frau kümmerte sich um sie, ihren Sohn und das Geschäft. Laura ließ sich untersuchen, aber die Ärzte konnten nichts finden. Leider besserte sich ihr Gesundheitszustand nicht, sodass sie Karen mit der Leitung ihres Unternehmens beauftragte und ihr auch Zugriff auf ihre Ersparnisse gewährte. Kurze Zeit später verstarb sie. Karen erzählte Brian, dass seine Mutter nur ein Nickerchen macht und man sie dorthin bringen würde, wo sie sich ausruhen könne. Während der Beerdigung konnte Brian nicht aufhören zu weinen. Also sagte Karen zu ihm, während sie ihm die Tränen abwischte, weine nicht kleiner. Ich habe dir doch gesagt, dass deine Mutter nur schläft, okay? Zwei Monate später wachte der Junge morgens auf und Karen war verschwunden. Sie war mit dem gesamten Geld und ihrem Bruder abgehauen. Nun kümmerte sich niemand mehr um ihn. Er überlebte nur durch das Essen, das er von den Nachbarn bekam. Weil er alles allein machen musste, kam er zu spät zur Schule. Deshalb schimpfte seine Lehrerin mit ihm und bemerkte auch seinen üblen Körpergeruch. Frau Edwards schrieb einen Brief an seine Mutter, in dem sie ihr sagte, sie solle sich um ihn kümmern. Eines Tages brachte sie ihn vor das Klassenzimmer, nur um ihm zu sagen, wie unordentlich er aussah. Sie wusste nichts von Brians hartem Leben. Er hatte keinen Zugang zu Elektrizität und konnte kaum Wasser bekommen. Obwohl sein Freund Billy wissen wollte, was los war, öffnete er sich ihm nie. Frau Edwards schickte immer wieder Briefe, erhielt aber keine Antwort. Die Situation frustrierte sie und sie schrie ihn an. Hey du, deine Mutter kann dich nicht leiden. Es ist ihr egal, dass du mit kaputten Schuhen und schmutzigen Klamotten herumläufst. Deshalb antwortet sie nicht auf meine Notizen. Sie gab ihm einen Zettel, auf dem stand, wenn du morgen nicht kommst, schicke Brian bitte nicht mehr zur Schule. Mütter, die sich nicht um ihr Kind kümmern können, sollten es nicht auf die Welt bringen. Als Brian die Schule verließ, boten ihn seine Klassenkameraden aus und beschimpften ihn. Er rannte zum Grab seiner Mutter und schrie schluchzend. Mama, steh auf. Du hast dich lange genug ausgeruht. Steh jetzt auf und sprich mit meiner Lehrerin. Erkläre ihr, dass ich schmutzig bin, weil du nicht zu Hause warst. Seine Schreie alarmierten den Friedhofswärter, der die Polizei verständigte. Brians Geschichte kam in den Nachrichten und seine Lehrerin sah die Sendung. Als sie erfuhr, was geschehen war, bereute sie, was sie getan hatte. Am nächsten Tag kam er nicht zur Schule, aber sie hatte keine Ahnung, wo er war und ging zu ihm. Auf dem Friedhof kniete sie vor ihm und bat ihn um Vergebung. Brian, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass deine Mutter gestorben ist. Es tut mir leid, dass alle über dich gelacht haben. Du solltest dich nicht um dich selbst kümmern müssen. Ich werde dir helfen. Du bist nicht mehr allein, sagte sie. Der kleine Junge umarmte sie und konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Sie erklärte ihm auch, dass seine Mutter nie wieder zurückkommen würde. Brian zog zu seiner Lehrerin und sie beauftragte die Polizei, den Tod seiner Mutter zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass Karen und ihr Bruder nicht nur Lauras Geschäft und Geld gestohlen hatten, sondern auch für ihren Tod verantwortlich waren. Ein paar Monate später adoptierte Brians Lehrerin ihn und gab ihm all die Liebe, die er nach dem Tod seiner Mutter nie hatte. Was hältst du von Brians Geschichte? Schreibe es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf.